Zwei Heimspiele, null Siege, null Tore. Der FC St. Pauli will beim Heimspiel gegen Holstein Kiel den Bock umstoßen. Die Kiezkicker mussten unter der Woche jedoch zunächst eine Hiobsbotschaft verkraften. Die Nachricht von Jackson Irvines Verletzung war förmlich zum Haar raufen. Der Kapitän des FC St. Pauli zog sich bei der Nationalmannschaft einen Riss des vorderen Außenbahnes im rechten Fuß sowie eine Gelenkstauchung zu. Der Australier fällt mehrere Wochen aus. Natürlich ist keine schöne Nachricht für uns, für den ganzen Verein, weil ich auch schon betont habe, dass Jackson ein Spieler ist für uns, der einfach unfassbaren Wert hat. Aber trotzdem, ich habe da so einen Motto, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnen sich andere Türen. Und so werden wir das auch angeben. Wir haben einen super Kader, wir haben viele Optionen, um dann auch Jackson zu ersetzen. Aber trotzdem ist es so, dass es nicht leicht wird. Das wissen wir auch. Das müssen wir als Team auffangen. Erste Belastungsprobe, das Heimspiel am Sonntag gegen Holstein Kiel. Die Störche haben zwar bislang spielerisch nicht immer überzeugen können, aber auch dank etwas Spielglück stehen die Schleswig-Holsteiner mit zwölf Punkten auf Platz zwei. Sie können gut verteidigen, sehr gut verteidigen sogar. Sie sind gefährlich bei Standards. Sie spielen mit dem Ball aus einer gewissen Struktur. Sehr einfachen Fußball, aber sehr effektiven Fußball. Haben eine sehr, sehr gute Boxbesetzung. Immer wieder haben eine gute Positionierung im Zwischenraum. Haben eine gute Mischung zwischen, wann spiele ich flach, wann spiele ich auch mal einen hohen Ball. Diese Mischung plus das Spielglück, was sie im Moment haben, macht sie im Moment zu einer sehr, sehr guten Mannschaft. Eine, die Hauke Wahl noch bestens kennt. 235 Mal lief der Sommerneuzugang der Kiezkicker für die Kieler auf. War lange Zeit deren Kapitän. Am Wochenende nun das erste Wiedersehen mit der alten Liebe. Wir reden sehr, sehr viel, nicht nur über Fußball, nicht nur über Kiel, auch über andere Themen. Er ist ein sehr kommunikativer Typ mit einer super Art, die er auch in eine Mannschaft sofort eingebracht hat. Dementsprechend rede ich jetzt nicht besonders viel mit ihm diese Woche, sondern lasse ihn eher sein Ding machen. Er weiß genau, was er zu tun hat und wir sind eigentlich tagtäglich im Austausch. St. Pauli gegen Kiel. Beim Nordkracher am ausverkauften Millantor treffen die beiden Zweitliga-Dinos aufeinander. Und mit dem ersten Heimsieg der Saison würde man sicherlich auch dem verletzten Kapitän eine Freude machen.